ja hallo freunde hier ist schon wieder die tägliche dreiecks mail heute haben wir mal wieder eine variante davon und zwar sozusagen offenes also ausgesprochenes dreieck was also nicht geheim ist und schauen wir mal ob das jetzt hier besser halli hallo ich bin ende 30 weiblich und habe vor einigen monaten einen mann kennengelernt der nach seinen worten nicht monogam lebt in einer beziehung ist und es auch vorher zu bleiben ja ist ja schon mal klarer ansage zu meiner damaligen sehr bindungsängstigen einstellungen passte diese konstellation sehr gut mit ihm war es anfänglich so herrlich unkompliziert schnell kam heraus dass seine beziehung scheinbar unausgereift für eine nicht monogame konstellation ist und dies ein erstversuch der beiden für ein solches modell ist seine partnerin weiß von meiner existenz hat aber ein gewaltiges problem damit dies führt scheinbar zu und auf situation zwischen den beiden aber auch zu positiver beziehungsarbeit ich bin single also jetzt erstmal ich meine wer abenteuer lustig ist also das ist jetzt überhaupt erstmal so rein formal sage ich mal nichts gegen einzuwenden alle wissen bescheid und können sich überlegen ob sie damit klarkommen und aber was wir jetzt hier wann wir schauen mal wie sich das entwickelt aber ich würde mal sagen die meisten menschen sind glaube ich nicht gemacht für so dreiecke so also das hört sich immer erst so gut an ja ich will eigentlich nichts anderes ich will eigentlich was soll's ist mir erst egal und und es gibt oder sagen wir mal so wie soll ich das mal sagen sicherlich diesem mann der in der mitte ist dem gefällt das sicherlich so aber ich glaube es ist selten sagen wir mal so ist glaube ich selten so dass in so einem dreieck so alle beteiligten so richtig zufrieden sind sagen wir es mal so selbst wenn man weiß was vorgeht aber wenn das mal ein bisschen weiter untersuchen ja wir treffen zwischen dem mann und mir finden zwar nur alle zwei bis drei wochen statt sind aber sehr intensiv wie unternehmen schöne dinge laufen händchen halten durch die stadt führen großartige gespräche tauschen viel erzährlichkeiten aus wir sehen uns nicht öfter da er selten zeit hat oder meine einladung nicht aufgreift denn ich würde ihn gerne regelmäßig sehen ja das ist immer so das problem ist erzählen ja auch ganz viele die sagen dann da ich wollte eigentlich gar keine beziehung ich wollte nur eine affäre und dann ja wird man so schön durchgesprudelt von bindungshormonen und der andere drängelte auch nicht sondern zieht sich also ein bisschen zurück und so sagt ja auch immer gern ja ich sag mal rejection breeds obsession also rück also eigentlich zurückweisung führt zu obsession aber auch so ein zurückgezogenes verhalten ja das ist halt diese dynamik wenn menschen zurückziehen dann wollen wir oft so hinterher und jetzt auf einmal dann bindungsängstig ist es auch einmal ganz weg und dann jetzt rutscht er halt so in diesen anderen polen so einen verlustängstigen pol rein und kannst ihm aber auch keinen vorwurf machen eigentlich aber natürlich kannst du trotzdem sagen was du willst du bist ja gleichberechtigter teil dieser wunderbaren beziehung und ja kannst natürlich sagen was du möchtest ist eigentlich nichts anderes als in der zweier beziehung auch wir übernachten auch fast nie beieinander zum bettsport kommt es daher selten was ich extrem schade finde ja da ist jetzt das erste mal großes stirnrunzeln bei mir wo ich so denke wenn man schon eine affäre führt dann wenn man doch auch schön viel hätte jetzt fast gesagt toxischen sex haben und spaß oder mal wie auch nicht toxischen bettsport und wofür hat man denn dann eine affäre ich meine du hast freundschaftlichen bereich hat man nicht so richtig beziehungs alltag hat man nicht wenn man wenigstens bettsport haben also das wird das würde ich sehr in frage stellen wo ist denn da der benefit ne also nicht dass du da in so eine krügelbeziehung kommst wo es gar nichts gibt so oder halt du musst dieses dreieck offene dreieck mehr zunutze machen und eben auch andere männer daten so ne was für mich überhaupt mal interessieren wie er damit zu euch kommen würde ja das wäre auch da musst du halt sagen okay du willst das nicht erfüllen du hast keine verpflichtung ja suche mich jemand anders die coolheit muss man aber auch haben sonst oder man man findet sich damit eben ab und also ich denke sobald man und das ist glaube ich meistens der fall sobald man unter so einem dreieck anfängt zu leiden weil man so einer krümel position ist und die andere frau leidet ja auch ist es glaube ich keine gute sache auch wenn es jetzt besprochen ist das sind führt häufig gar nicht zu großen unterschieden sage ich mal aber ist natürlich fairer das ist natürlich gar keine frage so eine erfindet auf gründe doch nicht über nacht zu bleiben und falls doch ist dafür wird sport zu müde oder ähnliches trotz seiner ständigen beteuerung wie attraktiv wenn ich fände ja du hast jetzt die nachteile einer langen beziehung ohne beziehung zu haben also noch mal wo ist der fucking vorteil irgendwie ich kann den hier nicht sehen weder hast du wilden anonymen unverbindlichen bett sport ich übertreibe jetzt noch mal ein bisschen noch hast du die sicherheit einer ruhigen dahinfließenden beziehung das ist eigentlich wenn man so will schlecht ist ja von beiden welten aber natürlich wenn das so einfach wäre hätten wir das ganze probleme natürlich bist du jetzt wieder in so einer position wurde so hinterher jagst und das suchen wir ja scheinbar so oft komischerweise obwohl das eigentlich nichts bringt so auf den vielen bett sport angesprochen meint das wäre zufall oder eben gerade unglücklich gelaufen ich vermute doch langsam ja körperliche probleme oder ansonsten das problem ich weiß ja wenig über seine freundin und die intimität der beiden gibt mir immer wieder das gefühl für ihn mehr zu sein als jede frau die er jemals in seinem leben kennengelernt hat ja dass das also ich halte ja von worten gar nichts ich weiß nicht wie lange dabei sich halt von worten nichts außer sie passen zu den taten die passen nicht zu den taten wenn du die beste frau es ja je kennengelernt hat warum wir da nicht mit dir zusammen sein warum will er nicht wenigstens in der anfangszeit mit dir in die kiste gehen ja aber vielleicht glaubt er es ja selber was er da sagt keine ahnung kann ich immer nicht nachvollziehen so ich habe auch seine eltern und freunde gelernt okay das ist natürlich schon so eine art investition von seiner seite er hat mir auch seine verliebtheit gestanden nochmal sind nur worte also wenn jemand so richtig verknallt ist am anfang dann will man doch gar nicht raus aus dem betten irgendwie und ich weiß nicht wo ist der fucking sinne weiß ich weiß es nicht aber wenn es dir was bringt dann enjoy irgendwie aber ach ach das ist echt jetzt kommst du da rein als jemand der sagt oh ich bin so bindungsängstlich und date ist jemand der es nicht mehr so richtig zeigt mit bindungsvermeidung und schon rutscht im plus wohl so läuft das dann und wie sehr er mich fix in seinem leben möchte ja außer dass er nie zeit hat für dich ja er will mich keines hast verlieren bla 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 feiertage geburtstag verbringe ich auch mit seiner freundin ja sein gutes recht aber ganz klar du bist die nummer zwei ne denke das ist klar ist das okay für dich da werde ich mich da hätte ich nicht so eingeladen dass es nicht verkaufen würde ja wie gesagt ich glaube die haben sich da ein bisschen viel vorgenommen und ich glaube auch kann man vielleicht sagen es ist auch für frauen in einer breiten masse glaube ich das nicht so toll finden in so einem dreieck zu sein vielleicht findet man das ganz lustig oder vielleicht finden männer das eher lustig ich weiß nicht könnt ja mal schreiben wie er das so seht aber offensichtlich findet ihr beiden frauen das nicht so lustig das ganze die ganze konstruktion hier also sie scheint das ja auch nicht auszunutzen ihre freiheiten da genauso wenig wie du ja so wo waren wir stehen geblieben seine wundvorstellung wäre eine poli beziehung mit mir und seiner jetzigen partnern zu leben okay ich bin jetzt nicht so der ganz große experte also ich meine das ist auch schon poli was könnte denn noch mehr poli sein dass jetzt zu dritt im bett liegt und also ja wahrscheinlich dass du zu den geburtstagen auch kommst oder so okay ja aber gut will seine freundin halt nicht ja ist so ne aber ja kann er sich ja wünschen warum nicht ich habe mich aber weiterentwickelt und wünsche mittlerweile eine primär beziehung in meinem leben das weiß er auch seine partnerin wohl wohl zurück zur monogamie mit ihm ja das ist ja wieder so ein fest für die rote pille fraktion hier dass ihr euch um diesen mann kreist was ihr aber nicht müsst irgendwie ne ich meine du bist unzufrieden sie ist unzufrieden was wollt ihr mit dem typen ne und er hat seinen spaß meine so läuft es doch letztlich hier und ich weiß nicht genau was du mit primär beziehung meinst also heißt das jetzt du würdest auch eine dreier beziehung wenn du die nummer eins wärst das weiß ich jetzt nicht so genau oder heißt das wird es auch keine monogame beziehung wenn das so wäre für dich da musst du einfach hingehen ja musst du sagen meine meinung geändert ich will monogam mit dir zusammen sein sieht es aus gibt ihnen monat zeit sagt ja nein sagt nein du bist weg das ist das einzige was man machen kann das ist genau wie bei männern auch was willst du mich in die friendzone schicken mache ich nicht ich habe keinen bock dein freund zu sein vielleicht ein partner sein will willen bettspaß mit der mache ich nicht dann bin ich raus aus seinem leben ja dann stand das und die breaker ist es war ich weiß nicht was alles andere funktioniert meiner ansicht nach nicht und da musst du ihm das sagen dass du das und seine partnerin natürlich auch muss die beide sagen nee sorry haben wir uns vertan finden wir doch nicht gut man kann man kann sich ja mal vertun wir vertun uns ja ständig wir haben gedacht ist eine lustige idee ist keine lustige idee ja möchte ich nicht mehr es ist immer das gleiche wenn unsere emotionen uns davon abhalten entscheidungen zu treffen die uns guttun und die eigentlich unseren zielen entsprechen also meine ganze arbeit ist wirklich ziele an erste stelle zu stellen was sind deine ziele was sind deine werte und dem alles andere gnadenlos unterzuordnen und dann und um das leben zu können muss man sich halt emotional so unabhängig machen dass du einfach auf jeden scheißen kannst in deinem leben dass du sagen kannst ja habe ich keinen bock drauf du bist raus ohne dass jetzt hier jemand was groß falsch gemacht hätte ich habe das alles abgesprochen aber einfach zu sagen nee will ich nicht mehr möchte doch was anderes ne ja so probieren wir ja auch rum und finden raus was wir eigentlich vielleicht wirklich wollen im leben ich finde ihn nach wie vor großartig ja aber das hat wie gesagt ich gucke vielleicht mal im modul eins reinstehen zum deal breaker kann ich euch jedem mein kanal guckt immer noch wieder empfehlen ist auch mein meistverkauf der kurs über die ganzen jahre ist immer noch ja einer der ja ich glaube letztes jahr wurde tatsächlich am meisten der bindungsangst kurs modul 9 gekauft aber ja nach wie vor wichtigste kurs denke ich war mir ein programm und weil ja dann findest du ihn halt großartig aber entspricht nicht das was da passiert entspricht nicht mehr deinen werten hat es eine zeitlang entsprochen hast du eine verschiebung gehabt und jetzt ist take it or leave it also akzeptiert wie es ist weil du so großartig findest aber da ich würde ihm natürlich immer raten deine grundsätzlichen werte über eine bestimmte beziehung zu stellen und wenn du das auch hier machen würde es sozusagen ja ich meine meinung geändert so wie sieht es aus kann ich deine primär beziehung werden was auch immer das jetzt genau ist weiß ich nicht und dann auch im zeithorizont nicht dass er sich da ständig raus labern kann zack 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 sagt mir in 30 tagen bescheid und ja und dann auch darauf handeln das ist das attraktivste was man machen kann das finden auch andere menschen häufig sehr beeindruckend und überdenken vielleicht auch noch mal ihre entscheidung so aber es war letztlich egal du gehst dann halt deinen weg ne also ich finde ich nach wie vor großartig und denken wir hätten eigentlich viel potenzial ja potenzial wollen wir auf dem kanal hier nicht daten das wollen wir nicht mehr ne potenzial daten also ihr wollt ja jemand in blumen kann das immer wieder sagen kennen bestimmt schon viel das beispiel gehen blumenladen und sag ich hätte gern potenzial blumenstrauß ja kriegst du blumensamen das ist ein potenzial musst du zwar erst in boden machen und jahrelang groß ziehen dann hast du dann blumenstrauß oder du sagst gleich ich hätte gern blumenstrauß warum ein potenzial daten aber mit diesem selbstnahm ambivalenten verhalten ja ja eben das ist ja auch noch so selbst in dieser dreier konstellation bekommst du ja nicht das was man eigentlich erwarten würde gibt es viele verlockende worte aber wenig taten ja da bin ich völlig deiner meinung ich bin daher auf der hut mich emotional weiter involvieren zu wollen ja habt immer respekt vor dieser drei monatsgrenze weil ab drei monaten ja bindet man sich ob man will oder nicht und es wird dann schwieriger rauszukommen aber ich vermute mal die drei monate ist schon lange rum unterm strich bekomme ich zwar verliebte nachrichten die kannst du ja auch selber schreiben aber nur wenige treffen und quasi kein bettsport zugestanden suchte irgend so ein chatbot der die verliebte nachrichten schreibt das ist natürlich nur spaß aber wofür was hast du davon ich habe angst die affäre zu sein die die beiden brauchen um ihre instabile beziehung zu bearbeiten ja du weißt ja letztlich nicht genug von denen also du musst einfach für dich deine eigenen entscheidungen zu treffen oder einfach einem mann mit narzisstischen tendenzen tendenzen auf den leim gegangen zu sein kann jetzt nichts zu sagen was ja auch nicht viel über ihn geschrieben ist ja auch ein begriff ja ja sich ach so geil muss jetzt gar nicht darüber reden letztlich bekommst du das was du willst kommst du nicht dass was du willst das ist eigentlich ein gutes beispiel also ich glaube schon dass wirklich für die meisten frauen zumindest würde ich mal sagen ich glaube insgesamt auch für wirklich viele menschen also die selbst wenn man so flirtet mit einer idee dreikel oder oder mehrfach beziehungen zu führen ist das glaube ich für viele ist es dann doch nicht so was richtig so ne vielleicht wie gesagt mehr für frauen aber da muss man einfach die ferse im bodenrahmen muss sagen ja ich habe da zwei jahre zu gesagt aber jetzt habe ich das ja nicht mehr und dann psychisch demoliert aus dem ganzen heraus zu stolpern ja also merkst du ja es tut ja eigentlich gut ich habe immer mehr phase in denen ich mich aus selbst schutz und mittlerweile auch als eifersucht auf die partnerin gerne aus dem ganzen zurückziehen möchte aber er schafft es mich in seinem band zu halten ja wie gesagt wir wollen ja hier nicht mehr diese aktive diese passive sprache benutzen du entscheidest sich drin zu bleiben du entscheidest sich ihm die macht zu geben dich in einem band zu halten du gibst diese macht ab und ich meine ich weiß nicht was er jetzt so für tolle eigenschaften hat aber vielleicht schreibst du noch mal auf was du da wirklich raus holst außer beziehung weil er weder stabile freundschaft noch habt ihr eine feste beziehung also also jemand den du täglich zurückgreifen kannst doch hast du besinnungslosen wilden bettsport ja wo ist denn jetzt das tolle hast du nicht viel von geschrieben vielleicht sehe ich es auch nur nicht ich weiß es nicht wie toxisch ist das ganze also sachen die auf dem tisch liegen sind per se können die per se erst mal nicht volle toxische potenzial entfalten so ne aber trotzdem sagst du ja ich kann das jetzt nicht beurteilen dass sein verhalten auch irgendwo manipulativ ist dass er schreibt also manipulativ heißt er schreibt zwar ich bin ganz schrecklich verliebt und alles will die ständig durch rammeln an der wand und bar und dann passiert aber nichts so ne und das könnte man ja sagen ist ich meine machen wir vielleicht alle mal mehr oder weniger aber du sagst ja eigentlich dass er eine manipulative kommunikation hat und das ist natürlich dann schon wieder so ein bisschen toxi toxi ne befinde ich wieso befinde ich mich in einem nicht monogamen dreieck ich kann es nicht sagen ich meine du hast eigentlich am anfang ja geschrieben dass du dachtest es würde deine bedürfnisse erfüllen tut es aber scheinbar nicht und zu der ganz viele menschen die in angeschlagenen bindungsschiff haben und sagen wir ehrlich die meisten die so an sich arbeiten also zu weiß ich nicht 75 prozent sind das ja auch frauen da kann man auch sagen die meisten frauen kommen zu dem schluss dass so unklare beziehungsverhältnisse eigentlich nichts für sie sind so ne ich mal gesagt das mache jetzt ein paar geben die da kein problem oder die es auch suchen auch gut finden aber vielleicht wäre eine distanzierte beziehung für dich dann besser die zumindest ein gewissen oder wie gesagt du würdest das deine freiheiten voll nutzen weil du nutzt die überhaupt nicht also das würde mich auch frustrieren wenn ich sage ja hey du partner bist frei mach was du willst aber ich gebe mich mit deinen brosamen hier zufrieden dass das passt also da musst du auch die freiheit nutzen dann musst du sagen alles klar hier schlage ich mal meine dating apps auf und ja das riecht mir halt auch jemand für die all die abende die er keine zeit hat ja weil das ist auch noch so ein problem dass das irgendwie nicht ausgeglichen ist also wenn du jetzt auch so beschäftigt wäre es mit anderen der jetzt ich weiß überhaupt nicht ob die das guttun würde kann ich nicht beurteilen aber dann wäre es wenigstens ausgeglichen sind auch noch so on top dass es nicht ausgeglichen ist aber trotzdem finde ich die bemühungen das offen zu legen hier in diesem dreier konstrukt fisch gut muss ich natürlich ganz klar sagen wie thematisiert man einem mann gegenüber mangelndem bettsport ohne psychischen druck zu machen ob er das als druck empfindet ist ja sein problem du kannst ja sagen exakt für die affäre hier ist das alles mir ist das zu wenig aber was aus dem gespräch rauskommen wird da natürlich nicht auf magische weise mehr lust haben und aber ich würde es trotzdem mal fairerweise thematisieren ob ihm das jetzt druck macht oder nicht ist dann sein problem jetzt mal wir müssen das natürlich alles ein bisschen schematisch wie wir das hier besprechen aber also wahrscheinlich hast du auch richtigerweise das gefühl da wird jetzt nicht viel daraus kommen habe ich wirklich eine realistische chance diesen mann als beziehungspartner für mich zu gewinnen gucken wir doch mal wieder ein schlaue buch also dreieck nicht monogam ja nicht monogam offen alle zwei wochen treffen kein bettsport ich würde sagen nein also ich meine also das ist ja sein schönstes leben was er da scheinbar lebt und ich glaube da wird er eine andere frau versuchen ins dreieck reinzuziehen und kann ich mir nicht also ich meine ich habe keine ich weiß es nicht hundertprozentig aber das ist ja logisch aber halte ich für sehr unwahrscheinlich könnt ihr auch gerne mal in den kommentaren schreiben wie das so seht muss ich die geringen mit zugestandenen treffen hinnehmen ja wenn du mit ihm zusammen sein willst muss man so hinnehmen aber du musst es natürlich nicht hinnehmen mit dem zusammen zu sein hoffe ich habe das jetzt nachvollziehbar ausgedrückt aber ich glaube nicht dass du ihn dazu zwingen kannst jetzt man könnte natürlich jetzt sagen ihr habt ja auch eine beziehung da kannst du natürlich sagen hey wir haben eine beziehung und ich würde dich gerne mehr sehen also insofern musst du natürlich nicht hinnehmen aber das ist natürlich ein problem dass du sowieso schon die nummer zwei bist das denke das wird schwierig werden also offensichtlich will er das einfach nicht ist es sinnvoll abzuwarten und den beiden zeitzugestehen um ihre beziehung zu ordnen ja die ich habe das erste gefühl die beziehung kommt ja auch aus dem tritt also die ordnet sich ja nicht die wird ja immer mehr destabilisiert vielleicht hoffst du jetzt dass dass das da auseinanderfällt und dann ist er plötzlich mit dir zusammen aber ich kann nur sagen dass wenn Dreiecke auseinanderfallen hat man häufig eine ganz neue Thematik und dass dann die zwei die übrig bleiben dass die dann zusammenkommen und stabil sind ist doch relativ unwahrscheinlich muss man einfach sagen damit wahrscheinlich alles auseinanderfallen und von daher also weil es jetzt offen ausgesprochen ist kannst du natürlich dann noch mal versuchen standards und die raker zu setzen und kannst das sicherlich noch mal weiß nicht kann man sich sicher noch mal angucken aber du merkst ja schon dass es dir eigentlich nicht gut tut also ich würde da wirklich einen kurzen zeithorizont setzen also ich will jetzt auch nicht irgendwie so eine zahl sagen aber äh würde mir schon sagen okay in den nächsten paar monaten muss das jetzt mal geklärt werden und ähm wenn das dann bis zu zeitpunkt x äh nicht geklärt ist ja würde ich auch die rastleine ziehen auf jeden fall aber bauchgefühl mäßig würde ich sagen das ist glaube ich eher eine lernerfahrung denn eine sache die sich so richtig cool entwickelt ja kannst du ja noch mal schreiben wenn sich das geklärt hat äh welchen deiner kurse würdest du mir empfehlen ja auf jeden fall modul 1 und dann am besten noch vertiefung mit dazu modul 2 es gibt ja auch äh für neue die sich noch anmelden für meinen newsletter diesen 10 euro gutschein und so weiter und so fort herzlichen dank für deine professionelle meinung hier passiert und wir sehen uns bald wieder und so weiter 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 und so Untertitelung des ZDF, 2020